Musik Grüß Gott, mein Name ist Philipp Bernhofer, ich bin erster Bürgermeister der Gemeinde Bernau am Chimsee, dem malerischen Chimseeort im bayerischen Voralpenland. Musik Am Ufer des Chimsees erwartet Sie im Sommer ein Bade-, Rad- und Wanderparadies und im Winter geht es zum Skifahren. Musik Unsere vielen Natur- und Kulturschätze in und um Bernau laden Sie ein zum Erholen. Wenn die Landschaft in und um Bernau in der Sonne glitzert, der Chimsee funkelt und mildes Sonnenlicht die Wälder verzaubert, sind groß und klein bereit für typische Sommervergnügen direkt vor der Haustür. Musik Bei blauem Himmel sind Jung und Alt draußen unterwegs und wandern, gehen am See spazieren oder machen Touren mit E-Bikes und Fahrrädern. Musik Die unberührte Natur ist Balsam für die Menschen. Musik Vor allem Familien mit Kindern finden in Bernau ein Paradies vor. Musik Hier im Süden Münchens, mit direkter Anbindung an die Salzburger Autobahn, lebt man die Symbiose zwischen Tradition und Zukunftsorientierung. Musik Bernau ist eine moderne Gemeinde, die konsequent auf saubere Energie- und Trendsportarten wie Stand-up-Paddling und Mountainbiken setzt. Musik Durch sein einzigartiges Konzept der Verbindung zwischen Tradition und Moderne hat Bernau die Weichen für die Zukunft gestellt. Lassen Sie sich verzaubern vom einmaligen Charme des Chiemgaus und genießen Sie die Annehmlichkeiten bayerischer Lebensqualität in der modernen Gemeinde Bernau am Chiemsee. Wir freuen uns auf Sie! Musik Musik